Es war wieder eine Fähigkeit, die nicht mir ist, hier ist ein... Eine magische Blume kann nicht aus gewöhnlichen Materialien herstellen. Kann man nicht aus gewöhnlichen, ich meine, ich brauche was Besonderes, natürlich. Ein Griff ist nicht gerade ein nützliches Werkzeug, ich sollte jetzt was scharfes darin einsetzen. Meinen Verstand. Etwas scharfes, der Goblin ist doch läufig gerade. Nicht, vielleicht hier ein Skalpell? Ist ja nicht scharf, um Gottes Willen. Ich muss herausfinden, was man für eine magische Blume braucht. Warum muss der das herausfinden? Wofür brauchen wir heute eine magische Blume? Ich verstehe das gar nicht. Ach, die müssen wir dann niemandem einsetzen wieder, natürlich. Wie kompliziert. In den Keller kommen wir gar nicht mehr. Ist aber ein Gummihandschuh. Wer könnte in so einem baufälligen Haus leben? Ein weiteres Geheimnis unter vielen an diesem Ort. Ja... Die Spannung bringt mich wieder um. Der Hinder will bestimmt einen Gummihandschuh. Nee, der will bestimmt Kupfermünzen. Haben wir aber erst eine. Porträt des Königs, da kann ich mit dem Gummihandschuh auch nicht viel ausrichten. Es sei denn, der will zur Vorsorgeuntersuchung. Prostatakrebs und so, aber... Hier ist es wirklich gruselig und der Nebel macht es nur noch schlimmer. Das ist natürlich fantastisch. Was ist das denn? Ach, zur Gruft des Königs kommen wir immer noch. Das war der Eingang. Pass auf, dann machen wir das doch einfach so. Ja, sieht aus wie ein Familienporträt. Mach doch einfach ein Foto vom König. Foto. Hat sogar drauf drüber geschrieben König. Nicht irgendwie den Namen, irgendwie Waldemar oder so. Nein, einfach Foto König. So, das müssen wir jetzt bestimmt hier irgendwo hinhängen. Ah, das sieht aus wie ein Lich King. So. Das sieht wie das Gesicht des Königs aus, aber warum ist es zerbrochen? Ich sollte es wieder herstellen. Aber warum? Wofür? Ich verstehe nicht ganz, warum er das wieder herstellen möchte. Aber ich verstehe hier so viele Dinge nicht. So, wir haben diesen blöden Brief. Die alte ist aber weg. Da können wir nichts mit anfangen. Sonst können wir hier eigentlich auch nichts mehr machen. Ach ja, was das ist. Das ist die zweite Kupfermünze. Die wir natürlich nicht rauskriegen. Nicht dünn genug. Nur noch deinen Hals, du dürrer Gockel. Was sollen wir denn jetzt? Mit einem Gummihandschuh könnten wir theoretisch Elektrizität abwehren. Kabel. Was ist denn hier passiert? Hallo? Kabel? Kabel? Hallo? Hä, was soll ich denn jetzt da drin? Ach, ein Spiel. Nein! Klicke auf die Drähte, um sie zu entwirren. Was? Aber ich weiß... Aha. Das war das beste Minispiel ever. So, ich geh zum... Zum Wasserturm, wo aus ominösen Gründen ein Schlüssel vom Himmel fällt, wo ein Wassertank ist oben. Hier ungefähr. Wo soll denn der scheiß Schlüssel daherkommen und was machen die verkackten Ghostbusters hier? Nein, nicht schon wieder ein Minigame. Bringe die Zahlen in die richtige Reihenfolge, beachte dazu die größer als und kleiner als Zeichen. Fertig. Ach du Scheiße. Ähm, 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 ähm. 15 größer als 8, äh, als 8 ist richtig. 8 größer als 11 ist nicht richtig. Das stimmt immer noch. 11 und, äh, 8 ist kleiner als 6. Nein. 11 ist immer noch größer als 6. 6 ist kleiner als 8. 8 ist kleiner als 4. Stimmt so auch nicht. So wird es aber ja stimmen. 4 ist kleiner als 6. 6 ist kleiner als 8. 8 ist größer als 7. 7 ist... nicht wirklich größer als 21. 6 ist... Nein. Nein. Das stimmt ja so nicht. Ich bin jetzt verwirrt. Äh, jetzt bin ich ein bisschen raus aus der Nummer. So. 11 ist größer als 4. 4 ist kleiner als 7. 7 ist kleiner als 8. 8 ist größer als 6. 6 ist größer als 21. Nein, aber als 3. 3 ist kleiner als 21. 21 ist kleiner als 15. Was ich nicht glaube. Yeah. Äh. Äh. Ich brauche eine Zugangskarte. Was? Alter, eine Zugangskarte? Ernsthaft? Wir haben das scheiß Mini-Rätsel gemacht. Nur damit das Schloss an sich aufgeht. Das ist ja noch mehr Mobbing als sonst. Horn. Die ist zu fest angeschraubt. Ich benötige etwas, um die Schrauben zu lockern. Vielleicht wäre Angela Merkel, die hier rumläuft. Oh nein, ein Schloss. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Verschlossen. Etwas Nützliches könnte darin zu finden sein. Ich muss ihn öffnen. Am Grunde des Waschbeckens glittert etwas, aber der Abfluss ist verstopft und das Wasser sieht nicht so einladend aus, dass ich meine Hände hineinstecken will. Dann nimm noch das Scheißding. Was? Alter, du hast einen Kescher. Du kannst den Schlüssel mit dem Kescher rausholen. Stell dich nicht so scheiße an. Dumme Merkel. Alter, aber ganz ernsthaft. Da ist... Muss ich das Wasser... Du musst das Wasser nicht ablassen. Das ist so bescheuert einfach. Mit dem Kescher holt er alles aus dem Wasser. Alles! Aber hier bei diesem Schlüssel geht es plötzlich nicht, weil der Kescher natürlich nicht kescherig genug ist. So, da hinten aber das Schloss freige... Rundum leuchte. Wenn ich sie zerbreche, zerstöre ich eventuell auch die Glühbirne. Ich muss die Abdeckung vorsichtig abnehmen. Liebe Gewerkschaftspartner, eine Leiter ohne Sprossen. Ein Land ohne Kanzlerin ist wie eine Leiter ohne Sprossen. Wenn ich sie repariere, kann ich sie benutzen. Die Kanzlerin natürlich. So. Was ist das? Eine Robe. Der Reißverschluss ist kaputt. Es muss etwas geben, mit dem ich... Wehe, wehe, das geht nicht. Na also, ach, da haben wir auch die Zugangskarte. Na, oh, da war Geld. Oh, Geld. Gleich mal 10 Dollar klauen erstmal. Kommt ihr her und klaut einfach alles. Der hat ges... Ich brauche eine Zugangskarte. Ich habe eine beschissene Zugangskarte. Die heißt Zugangskarte. Öffne das! Das hilft mir nicht weiter. Ich brauche ne... Der will mich doch... Der will mich doch verarschen. Der, ich habe ne Zugangskarte. Ich brauche eine Zugangskarte. Ich habe die bescheuerte... Ich hasse das Spiel. Das Spiel ist kacke. Sollte ich mich nicht umsehen. Löschkasten öffnen. Ich will die scheiß Löschkasten nicht öffnen. Ich habe ne Zugangskarte. Da ist ein Gully. Oben in der Decke. Falls es mal von unten regnet, ist da oben ein Gully drin. Alter ey, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir ne beschissene Zugangskarte. Und hier steht, wir brauchen ne Zugangskarte. Ich brauche eine Zugangskarte. Ich schmolle jetzt. Wir haben immer noch das Skalpell. Find ich gut. Spiel ist trotzdem doof. Wir brauchen eine Zugangskarte. Die ist die Zugangskarte. Natürlich passt die da nicht rein. Mir ist klar, dass da ein Schlüssel reingehört. Warum steht da aber, wir brauchen ne Zugangskarte? Ich muss... Ich dachte, ich muss das Schloss irgendwie knacken vielleicht damit. Ich brauche ne Zugangskarte. Eine Zugangskarte zu deinem Gehirn wäre nützlich. Was steht denn da oben auf dem Löschkasten? Da steht doch was drauf. Nimm das da runter. Das ist gut. Nimm da natürlich nicht runter. Was kann denn bei der Zugangskarte in den Schlüssel reißen? Goblin. Ganz ehrlich. Das ist ein Grützenspiel. Hier, pack ne Batterie rein. Verpasst dir selber einen Schlag. Was soll ich denn mit einer bescheuerten Zugangskarte? Wieso ist hier so ein Gittertor zum Wasserturm? Hier ist doch eh ne Mauer. Warum bauen die noch mal ein Gittertor hin? Wozu? Mauer. Die Mauer muss weg. Ich bin kein Experte im Durchbrechen von Mauern. Aber ich kenne einen. Helmut Kohl. Mauer. Ja. Hier. Du. Was? Wie? Das ist ein Experte im Durchbrechen von Mauern. Der hat ne Hacke. Alter. Der kann sie ja durchbrechen. auch mit Tatschen. Pfff. Boah. Mach das Spiel nicht sauer. Boah. So ein inkonsequentes Scheißding. Leider kann ich mir nicht alle Ankündigungen durchlesen. Leider kann ich mir nicht alle Ankündigungen durchlesen. Ich werde sie mir später ansehen, wenn ich das Geheimnis der Stadt gelöst habe. Ich kann leider nicht jeden gesetztes Entwurf durchlesen. Darum winke ich einfach ein paar durch, wenn das Volk gerade mit lustig Brot und Spielen abgelenkt ist. So im Boden liegt ja noch der andere Schlüssel. Hier ist etwas ein bisschen eingefallen. Ein Schlüssel mit der Bezeichnung Löschkasten und da ist noch ne andere Münze. Wir müssen die Diele entfernen. Die Frage ist natürlich nur, wie... Ja, da geht es natürlich mit der Spitzhacke die Dielen durchhacken. Das geht, aber ne Mauer nicht, wenn man vorher schon den Felsspalt erweitert hat. Unnützer Scheißgoblin. So. Ach ne, die Münzen kriegt ja der Händler. Ach, was will ich denn hier drin? Hier ist doch ein Scheißgrin. Ich gehe jetzt erstmal in den Löschkasten. Hier brauche ich eine Schlüsselkarte. So, hier nehme ich mir den Panadehammer. Ich kann ihn erst benutzen, wenn ich ihn repariert. Hier ist alles kaputt! Der muss wirklich den Feuerwehrschlauch reparieren? Wenn ich das fehlende Teil finde, kann ich ihn reparieren und mitnehmen. Ich kann ihn erst benutzen, wenn ich wen überhaupt repariert. Den Löschkasten? Egal was ich anklicke, hier steht überall der gleiche Satz. So, wir haben zumindest einen Hammer gefunden. Das Spiel ist toll, das ist mein Lieblingsspiel. Ich muss die erste reparieren, ey. Alles ist hier kaputt. Alles ist hier für den Arsch. Dieser Turm scheint seit längerem vernachlässigt zu sein. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ausrutsche. Bitte rutsch aus. Das ist das Spiel wenigstens vorbei. Ich gehe jetzt mal zum Händler, wenn ich den Urb noch finde. Hm. Hm. Ja. Hallo, Herr Händler. Münzen. Münzen. Ich hätte gerne ein unsichtbares Eis. Was soll ich hier von überhaupt nehmen? Hä? Von allem was nützlich war, nimmt er sich einen Meißel. Na gut, jetzt haben wir zumindest schon mal einen Holzhammer und Meißel. Vielleicht können wir ja dann... Natürlich... Hilft uns hier, wo wir die Statue reparieren sollen, helfen uns Holzhammer und Meißel nicht weiter. Dem König fehlt aber auch eine Nase. Ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen sollen, ehrlich gesagt. Woraus sollen wir das denn meißeln überhaupt? Ah ne, da muss ja was Scharfes hin. Ich glaube, ich muss gleich eine Aufnahmepause machen, sonst schlage ich das Spiel kaputt. Kann ich nicht, bitte. Duff, 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 duff. Ist nur der Frust. Ich mag die eigentlich. Die hört mir bei all meinen Problemen zu. So wie ihr gerade. Es tut mir echt leid. Ne, ist echt ein super Spiel. Also das... Ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsspiele. Ich werde oft gefragt, du Gronkh, was ist dein Lieblingsspiel? Ich antworte immer, es ist Grim Tales 4, die Steinkönigin. Selten sah ich so ein konsequentes, tolles Spiel voller Erlebnisse, die immer wieder belohnend sind und erfrischend. Tja, wo kriege ich einen Schlüssel für einen Krankenwagen her? Das ist die Frage. Wie kriege ich das Waschbecken sauber? Das ist auch eine Frage. Ich könnte mal einen Tipp holen. In der Steinstadt steht eine Werkbank. Verwende Hammer und Meißel, um einen Golemarm herzustellen. Ah. Hammer und Meißel geht nicht bei der Steinstatue, aber es funktioniert bei Kristallen. Natürlich. Das ist, äh... Ach, das ist der... das ist der Skapell. Warte, hier erstmal dahin. So. Was ist denn los? Ach, der bricht da einfach... der Arm ist schon fertig, der bricht den da einfach nur raus. Ach, so. Wir sind zufällig nämlich auch noch Bildhauer. So was muss man nicht lernen, das kann man einfach. Das ist total easy, vor allem bei Kristallen, die splittern und so. Das ist total billig. Was? Alter, der Typ! Wir haben gerade den Typen gekillt. Wir haben ihm den Arm gegeben, der hat sich aufgelöst und in eine Brücke verwandelt. Was ist das denn? Was für erstaunliche und seltsame Kreaturen hier leben. Und was ist dein Job? Ja, ich bin Brücke. Hauptberuflich. Zum Wasserfall. Hier ist es auch... Hier ist es auch wunderschön und ich glaube, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um endlich mal... Maulwurf halt! Ohne Licht fühle ich mich unwohl. Das ist doch ein Maulwurf. Aber ich habe ja keine Taschenlampe mit und nichts. Naja gut. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause, weil ich muss erstmal... Ich muss jetzt dringend erstmal irgendwo in die Bar und meine Probleme ersäufen, die ich hier habe. Anders kann ich das hier nicht ertragen. Ich bedanke mich schon jetzt für Zuschauen, für die Geduld und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Mr. Grey Grey, der wir nicht sind, rette die Welt, in der wir nicht leben wollen. Und willkommen zurück bei Grim Tales 4 in wenigen Sekunden oder in der nächsten Folge, je nachdem wie ich schneiden werde. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ich könnte es nicht. Ich bewundere dich. Dich bewundere ich dafür. Ich könnte das nicht mehr angucken, dieses Debakel. So, bis gleich und Horido!